Ja, dass wir Holzhaus bauen können. Warte mal, wie viele Punkte hast du denn? Äh, 20, oder? 20? 25. What, so viele? Okay, ja, also ich würde ja gerne, das wäre cool, ähm, wie gesagt, wenn du das Narkotikum machst, also halt gegen, wenn wir halt krank sind, kann man das dann einnehmen und sich dann da mit einstreichen oder sowas, um dann halt, wie gesagt, das Leben wieder aufzufrischen. Das wäre cool, das kostet 6 Punkte. Äh, dann, klar, so eine Wundenfoundation schon mal machen vielleicht. Das sind dann 12. Und, was würde ich an deiner Stelle vielleicht machen? Wunderenfalls. Woodenwoll könnte ich auch noch machen. Ja, Woodenwoll, dann hast du... Und dann lässt du ein paar Punkte aber auf deinem Konto noch drauf. 6 Stück hab ich jetzt noch. Ja, dann lässt es es, genau. Gut. Ja. Whaftable, was braucht man denn, um so eine Paste zu machen? Bestimmt die Narkotibären, na, warten wir mal, wie heißen die? Äh, wo sind sie? Stinberry? Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass du die bräuchtest. Was ist denn in dem Mörser eigentlich? Stein und alles drin und Fetsch und Kohle. Ja, da macht man auch das Schießpulver durch. Ja, aber das kann man auch raustun, oder nicht? Nee, du kannst einfach so reintun, die Sachen, die du jetzt brauchst dafür, für die Paste. Ja, wo kriege ich die dann raus? Wie kriegst du die raus? Wie kriege ich denn jetzt eine Paste hier raus? Ja, du tust die Zutaten, die du brauchst, um dann das zu machen, tust du da rein. Ja. So, und dann müsste eigentlich... Geht mir mal... Ach, warte. Hast du? Haben wir noch verrottetes Fleisch? Ja. Haben wir auch. Ach, guck mal, das ist auch noch wichtig, ey. Da braucht man das gar nicht wegwerfen, ne? Oh, ich brauch noch schwarze Beeren, noch ein paar. Noch? Nee, natürlich nicht. Das ist eh wieder hell. Komm, dann können wir auch pflücken gehen. Ja, welche Büschen haben denn? Schwarze Beeren, weißt du das? Ja, die sammelst du ja selber, glaub ich, auf. Tintoberry, Armourberry hab ich jetzt. Okay, das sind in den Fahnen-Dingern. Und jetzt mach ich mal die anderen Büsche. Da ist auch Tinto und Azulberry. Majoberry. Jetzt finden wir bloß keine mehr. Wetten, ey. Stimberry. Tintoberry. Boah, findet man die auf... Nee, Bäume? Nee. Fiber, Narkoberry. Ah, da hab ich Narkoberry. Ah, findet man zufällig. Boah. Ich sammle jetzt erstmal was. Und dann meine ich ja, dass wir uns vielleicht eine Truhe dann nachher machen. Und mit der Truhe, da die Sachen reintun, die Zugtaten halt, die Narkoberries reintun. Äh, dann halt wie gesagt hier Fiber reintun. Äh, nicht Fiber, sondern hier. Ach, was man halt dafür braucht, um Schießpulver auch zu machen. Dann haben wir das wenigstens auch. Weil es wär cool, ey. Aber man kann auch alles im Mörser einfach reintun, das was man hat, weil es ist auch einiges an Platz. Also braucht man wirklich verrottetes Fleisch, also nicht wegwerfen den Scheiß, ey. Cool. Hast du so eine Paste jetzt gemacht, oder wie? Nee, brauch ja Tintoberry oder Narkoberry, meinte ich. Sammelst du auch gerade schon, oder bist du jetzt nur... Ich sammle hier gerade die ganze Zeit, aber ich hab noch keine... Nein, noch keine einzige. Also ich hab, mal kurz schauen... Da, eine hab ich jetzt. Ich hab zwei. Reicht noch nicht. So, ich hab auch nochmal zwei, jetzt reicht's. Ich bin jetzt mal, um zu testen. Okay, dann tu ich schon mal hier. Darum sind auch bestimmt die ganzen Bären, die es hier gibt, gar nicht so alle zum Essen. So, eins kann ich gerade machen. Pasta. Mhm. Jetzt hab ich so eine Paste, toll. Aber wir sind ja nicht krank. Warte mal, mal gucken, wie viel habe ich? Nee, ich bin auch nicht krank. Warte mal, dann mach ich mich mal kurz ein bisschen krank, oder? Anlass die lieber, als Sicherheit. Komm, scheiß drauf. Ich tu dir hier eine Kiste. Genau. Warte mal, was bräuchte ich denn für eine Kiste zum Croften? Dann mach ich mal eine Kiste. Wood und Thatch brauche ich noch. Ja, komm. Wood und Thatch haben wir sowieso. Thatch da. Thatch. Und Wood, 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 Wood habe ich schon. Nee, Färber habe ich. Und die Paste wird als Droge angezeigt. Drugs. Ernsthaft? Ja, weil du bist ja schläfrig, glaube ich. Durchstand da gerade. Das kann natürlich sein. So, mach ich zwei Kisten. Oh, die Musik kommt. Irgendwas ist jetzt hier. So, wieder Nacht? Nö. Okay. Zwei Kisten. Letztlich die Kisten. Hier eine hin. Nur Spaß. Ich habe ja noch eine. Da haben wir hier die Kisten hin. Gut. Und alles, wie gesagt, was wir haben an Bären. Boah, das ist mal das Sortieren, was dann so heftig wird, denke ich mal. Narcoberries, 27 Stück. Waren das die Narcoberries? Narcoberries, ja. 27 Stück haben wir noch. Wo hast du denn 27 Narcoberries? Die lagen in der Fruchtkiste. Jo. Nehmen wir mal Holz hier rein. Und Fiber, komm. So. Okay. Hell ist es noch. Wie gesagt, ich würde ja gerne mir Stone nehmen und nochmal versuchen, nochmal so ein Tier zu machen. Ist halt die Sache. Jetzt finde ich gerade keine. Dann ist so ein anderes Tier. Ist auch die Sache. Wie betäubt man, ganz ehrlich, wie betäubt man so ein Flugvieh? So. Indem man gut schießt. Kann sein. So, ich gehe jetzt nochmal los, komm mal mit. So, ich versuch's nochmal. Ja, ich versuch's jetzt nochmal. Schmerzen. Ein paar Fenster aufmachen, ey. Dahin kommt einer. Ach nee, ich wollte ja eigentlich einen Dodo ausprobieren, ne? Hast du ein paar Bären mitgesinommen? Ja. Okay. Äh, ja, wie gesagt, hier ist nochmal so einer, aber wie gesagt, ich könnte nochmal versuchen. Versuch's nicht. Oder du triffst ihr ein Gesicht, aber das bringt nichts. Okay, jetzt guckt er wieder. Das ist doch ein Affe. Ja, scheiße, der ist... Na gut, okay. Dann machen wir, suchen wir uns mal einen Dodo. Dodo, ey. Auf einmal ist ein Dodos Fleischfresser. Oh, wir finden gar keinen Dodo. Ja, das ist eine richtig Sache. Einfach laufen. Genau, ja. Auf dem Dodo rein. War da oben einer? Warte mal, oder war das jetzt ein Böser? Warte mal. Wenn ich jetzt gleich sterbe. Oh, die ist da. Ja, wir nehmen mal jetzt noch auf. Ja, siehst du aber nicht. Den ausprobieren hab ich keinen Bock, ey. Ohne Spaß trau ich mich nicht. Hm. Oh, guck mal, was für Level der hat. Level 5. Oh, soll ich den mal ausprobieren. Aber du musst... Du greifst nicht an, ne? Nein. Oh, oh, da ist ein Stechvieh. Da ist ein Stechvieh. Ja. Na? Na? Irgendwann? Du machst dir blutig. Ich muss schneller zurück. Also, ich muss mal kurz ein bisschen weiter rennen. Rennen wieder. Gut. Braucht der? Ist er? Ja. Okay. Dann gib ihm mal... Hoffentlich braucht der Essen. Taminger, ja? Hast du was reingetan? Ja, aber... Ja, du hast auch nicht genug mit, ne? Der braucht Fleisch. Ach, der braucht doch auch Fleisch. Ja. Aber vielleicht braucht er nicht so viel Fleisch, Böe. Wie lange haben wir Zeit? Ich geh mal ganz kurz. Komm, scheiß drauf. Ich hol Fleisch. Komm. Das probieren wir bei dem auch noch aus. Und wenn das aber bei ihm sich auch ganz langsam erst füllt, also wirklich lange braucht, dann machen wir wirklich einen Dodo, ey. Weil auf den Vieh könnte man, glaube ich, auch sogar rumreiten dann bestimmt, ey. Boah, wie viele Steine ich da reingewamst habe, ey. Ich hatte 40 Stück, ich habe noch 2... Ne, kann die gar nicht sein. So 10 Steine, 15 Steine habe ich bestimmt auch seinen Kopf immer geballert. Aber es war halt das einzige Tier, was nicht schnell ist, verstehst du? So. Boah, 6 Fleisch haben wir nur noch. Ja, ist egal. Komm, ne. Oder haben wir im Feuer noch Fleisch? Ich glaube nicht. Ne. Okay, 6 Fleisch. Ich bin gerade ein bisschen müde. Aber ich habe noch alles. Cool hier. Alter. Ach, da hinst du? Ja, aber ich bin gerade ein bisschen fertig, weil ich glaube, genau, ich habe keinen Trinken mehr. Er futtert aber noch an den Bären, aber es dauert halt ziemlich lange und das füllt sich auch relativ wenig auf. Ja, gucken wir mal, ob Fleisch schneller geht. Und wenn das voll ist, dann ist er unser vielleicht. Dann ist er unser wahrscheinlich. Oder man muss dann noch den passenden Sattel haben, das wäre was. Jo, er futtert noch. Oder kann das sein, dass es unser vielleicht sogar ist? Weil guck mal, da steht. Wild female carbonist level. Timmable by tribe of ingoviever. Oh, sein. Wir warten einfach mal, was passiert, wenn er nicht mehr ohnmächtig ist, würde ich sagen. Ja. Hat er jetzt schon alles aufgegessen? Ne, sechs Fleisch hat er noch. Oder hat er die, oder ist er doch nicht. Weil jetzt ist das grüne Zeug alles weg. Ah, ich kann nichts aufsammeln, weil ich die Steinschleuder in Hand habe. Die kann ich aber nicht wegpacken. Ja, doch kann ich. Ja, ich bin. Oh, jetzt sammle ich nur Fiber, da wollte ich mich verarschen. Was ist das? Ist das ja sogar unser. Man kann jetzt sogar... Warte. Oh, oh, ich habe mich hingelegt. Kann sein, dass ich gleich sterbe. Ja, jetzt. Ja, ich bin ohnmächtig. Ich habe kein Leben mehr. Ja, wo denn? Ah, unten am Wasser so ein bisschen. Jetzt sag bloß, du findest mich jetzt nicht, ey. Es ist dunkel, Ingmar. Muss suchen. Okay, ich bin wieder wach. Aber wie gesagt, ich brauche eigentlich was zu essen. Ja, da, im Busch war es gut. Okay, ich kann auch nicht schnell laufen. Könnte sogar sein. Man hat nämlich bei dem... Bör, ich bin gleich tot. Ich komme jetzt zum Tier hin. Ja. Man kann denen einen Sattel aufsetzen, aber es muss, glaube ich, ein spezieller Sattel sein. So, ich bin tot. Jetzt musst du Sachen aufsammeln. Und dann schlachte mich, Böi. Und ich bin schon wieder auf der anderen Wasserseite aufgewacht, ey. Oh Gott. Ja, 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 so ist das Spiel, ne? Ach komm, ich versuche es einfach durchs Wasser, ey. Jetzt habe ich eh nichts zu verlieren. Ich bin Taucher. Jetzt wird mir kalt. Ich bin über Wasser und trotzdem... Oh, es regnet. Gab es das schon mal in dem Spiel, dass es regt? Ja, ne? Äh, äh, Regen? Bei mir regnet es. Nee. Ja, kann sein, dass ich halt... Au. Was ist? Irgendwas... Wer fliegt denn jetzt hier an? Och, nö. Ach, so eine Wespe, so eine... Dann hau ab da. Wir wissen ja, wo der lag. Die macht mich lahm. Ich kann nicht sprinten. Der merkt dir genau, wo du warst. Ja, ich habe einen Steinschleuder da drin, ey. Ich laufe einfach zur Küste. Dann wissen wir ja, dass ich an der Küste. Dann muss man einfach nur den Strand entlanglaufen. Ja, hoffentlich spawnt das, weil es ist ja ein Fehler im Spiel, ey. Bitte, 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 bitte. Ja, jetzt verfolgt mich auch so ein bödes Vieh. Sind das für Viecher, ne? Die sind voll lästig, ey. Die sind scheiße. Wo bist du gespawnt? Ja, das muss ich jetzt erstmal überblicken. Warte mal. Ah. Bei uns am Lager, glaube ich. Sieht so aus, oder? Na, ich bin gleich wieder am Lager. Und es wird auch schon wieder heller. Ne, ein bisschen weiter weg. Ist dauert. Okay. Ja, es wird hell. Das ist schon... Das Spiel ist schwierig, mein Junge. Ein bisschen schwierig ist es. Aber, wir haben in dieser Aufnahme so viel erreicht, so viel hatten wir vorher noch nie erreicht. Was haben wir denn viel erreicht? Ja, das ist, was wir alles gemacht haben jetzt hier. So, ich bin jetzt zu Hause. Ich nehme mal kurz eine Fackel mit, dann sehe ich auch am Strand, wo was liegt. Da. Ja, das ist schon so richtig. Da. Ja, das